Bob-Rennen im Icicle-Circus. Ich bin froh, dass ich diesen Namen unfallfrei herausbekommen habe. Ehrlich gesagt, habe ich das gestern Abend noch vor dem Spiegel geübt. Die Strecke ist eigentlich einfach zu meistern. Trotzdem wirst du ganz schön hin- und hergeschüttelt werden. Sei also darauf vorbereitet. Weil ein Bob kein Gaspedal hat, ist eine Startgeschwindigkeit von entscheidender Bedeutung. Seit 1923 hat die Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobarguening, kurz FIBT, im Bobsport das Sagen. So, und jetzt zeig mal, was du drauf hast. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 1, go! 5, 1, go! No, no!